Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rogue Company hier auf meinem Kanal. OP, Glück oder Können, wenn es will. Ich habe gerade nicht aufgepasst und auf dem Handy eine E-Mail gelesen. Alles cool, los geht's. Okay, wir starten wie gehabt. MP und Brandgranate. Und wir haben mal wieder Scorch. Ich muss überlegen, wie sie heißt. Wir benutzen mal nach langer Zeit wieder Scorch. Mal gucken, ob das eine gute Runde wird oder eine schlechte. Mal gucken, ob wir gute Kills machen oder nicht. Wir spielen Brasilien. Paelas? Glaubbar scheiße Karte, kann auch sein. Ich bin mir nicht sicher. Drückt mir die Daumen, dass ich mal gute Kills mache. Und dass wir auch eine schnelle, knackige Runde hinkriegen. Mein Gott, Deutsch ist nicht gerade meins. Wo sind die? Wir hallieren euch gegen Blübchen, Fall und Bogen. Okay, bis jetzt sieht es gut aus. Bis jetzt ist das ein sehr schöner Start. Ich bin gegen Gift-Immun. Na toll. Okay, ich sehe es. Nein, Mann. Blendgranaten. Hört auf damit. Hört auf mit Blendbrot. Oh, ich habe keine Muni mehr. Nein. Mist, meine Waffe ist leer. Komme ich da eine Muni ran? Ich habe dich gesehen. Zeig dich. Ich habe dich gesehen. Zeig dich. Ja, ich habe jetzt leider nur eine Pistol. Bin aber eigentlich auch ganz gut mit einer Pistol. Eigentlich. Du, ich bin Feuerfest. Ich bin Scorch. Ich bin weg mit dem Rücken und im Flammeninferno. Na komm schon. Hä, wo denn? Bist du noch im Leben? Ich habe nichts gesehen. Ich war total verwirrt. Aber oh, mein Team hat er rasiert. Die Gegner hat nur noch fünf Tickets. War ein guter Start. Mal gucken, ob es so bleibt. Ja, das sehen wir gleich, ne? Ich habe nichts gesehen. Alter, wir wurden nur rasiert. Boah, Alter, die Runde gewinnen wir. Ohne, ohne Probleme. Okay, okay. Geht stabil für uns aus. Komm, zeigt euch. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sehr schön. Oh, sorry. Oh, das tut mir leid. Ein Gegner noch. Ich habe keine Muni mehr. Ich verblase als meine Muni. Wuhu. Nice kill für die erste Runde. Ich verblase meine Muni jetzt zu schnell. Nice kill für die erste Runde. So kann es auch immer laufen. Wenn wir noch so zwei Runden machen, bin ich ein Glück. Ich habe Handa Bear und wir haben eine schnelle Kill-Rate. Ich würde sagen, aufladen den Kill, ne? Ja. Einmal Waffe und das war's. Okay, das hier noch. Schneller nachladen. Ja, okay. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Gefällt mir der Start dieser Runde. Road Company. Hier auf meinem Kanal. Okay, klicken, klicken, klicken. Nicht vergessen, ich habe auch einen Reaction-Kanal. Da lade ich jeden Montag bis Freitag, also nicht jeden Tag. Also am Montag bis Freitag immer ein Reaction-Video hoch. Ich gucke mir irgendwas an von Alpha Kevin, von Kuchen, von Baku und gebe meinen Senf dazu. Bleibe aber immer freundlich und sachlich. Das ist schon der Witz der Sache, ich meine der Sinn der Sache. Schaut auf meinen Kanälen vorbei, lasst Liebe da. Oh mein Gott, ey, die sind voll verplant. Wäre ja gerade so ein Easy Kill. So ein Scheiß, das war ein total Easy Kill. Ich glaube, wir spielen gegen Bots. Wollten ich irgendwie, aber auch nicht. Ich sitze ein bisschen in der Falle, aber mehr sage ich nicht. Was ist das, was seid ihr? Habst du auch mal? Keine Angst, ich tue dir nichts. Oh Gott, es kommt gleich einer von hinten und tötet mich. Hier, die sind zwar ein Tick besser, die Runde. Boah, der hat sehr scharf geschossen, muss ich sagen. Ich bin gerade sehr positiv überrascht vom Gegner. Okay, okay, die sind irgendwo hier, kann das sein? Hey, Kämpfer. Das war für eben, weil du all die ganze Zeit kämpfst. Das war für eben, weil du mich getötet hast. Sehr schön. Der Einzige, die von ihm fighten können und die... Naja. Der Einzige, der fighten kann, ist der Boy. Die Tür nicht auf. Scheiße. Haha, du bist ein leichtes Opfer. Mästig, weil ich gerade hochheel. Der Boy ist schnell. Ach, das ist gar nicht der Boy. Das ist ja hier die Switchblade. Ja, ja, danke, danke. Nein, oh mein Gott. Die Idee war gut, ey. Ich wurde geheilt worden. Saint und ich kann sie heilen, obwohl sie versucht, mich zu heilen hat. Ach mein Gott, ey. Lief aber gut bis dato. Wir haben gut zugeschlagen. Wir kastieren jetzt. Ne, gar nicht. Wow. Nice. Runde 2 ist eigentlich safe. Das ist eigentlich in trockenen Tüchern. Eigentlich ist das voll in trockenen Tüchern, was wir hier machen. Saint-Granate. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Saint-Granate. Hätte mir das Tor geöffnet. Ey, wenn ihr schon verliert, verliert doch bitte mit Ehre. Nehmt das doch hin wie echte Männer. Das ist so ein dummer Spruch. Wie echte Gamer. Nehmt das einfach wie echte Gamer und stirbt ehrenvoll. Dumped ist cheating. Hier ist irgendwie jemand links. Wo ist man wieder? Boah, wir haben die Runde gewonnen, weil sie es nicht eingenommen haben. Ja! 16 Kills. Ich bin mal wieder Erster. Ey, das ist eine gute Runde. Ich gebe auch leider zu, das ist der Aufnahmenversuch Nummer 2. Ich war mit dem ersten Aufnahmenversuch nicht zufrieden. Liegt aber eher daran, dass wir haben zwar gewonnen, aber das war eine 22 Minuten Aufnahme und das war mir zu lang. Da bin ich ehrlich zu euch. Und das sieht jetzt nach einer extrem geil knacki kurzen Runde aus. Und wenn wir die jetzt auch noch so geil gewinnen, mein Team, ich küsse euch, ihr seid die Besten. Ihr habt mir zu einem extrem geilen kurzen Video verholfen, was in letzter Zeit selten war. Aber die Aufnahmen davor, wir haben auch gewonnen. Es war dann 1-1, dann war es 2-1, dann war es 2-2 und dann haben wir 3-2 gewonnen. Aber es war mir zu lang von der Aufnahme. Dann habe ich die unterbrochen. Okay, das war eine saudumme Aktion. Ich laufe einfach vor. Was mache ich da? Aber ich glaube, nachdem ich jetzt alles gesagt habe und zugegeben habe und mein Maul aufgerissen habe, werden wir verlieren. Beziehungsweise werden wir es ausgleichen. Auf einmal ist der Gegner richtig gut. Da oben, er hat was. Komm ich doch nicht hin, komm mal näher. Hä? Wieso ist die auf einmal hinter der Wand? Boah, wir kassieren gerade, das ist nicht witzig. Ohne Scheiß, die rechnen sich gerade. Ich denke mal, das ist eine gute Idee, hier lang zu gehen. Ich bin mir aber kein bisschen sicher. Wie ist das nicht hier, wie ich spawnen? Also, wenn Timit und ich dachten, das ist eine gute Idee, hier hinten. Aber der respawn wurde verändert. Sehr schön, so muss das sein. Zehnmal kommen sie von da, wenn wir dagegen agieren. Ja, danke. Oh mein Gott, ich habe keine Muni mehr. Ne, doch. Ich habe hier eingestellt, dass sie wieder automatisch auflädt. Okay, ich habe hier ein bisschen runter. Nein, ich hasse das. Ja, das ist gut, ich benutze auch Granaten. Okay, alles easy. Zehn, hast du deine Drohne? Okay, ich bin tot. Okay, es sieht sehr ausgüglichen aus. 8 zu 8. Okay, der Gegner sieht man richtig gut. Der will uns jetzt von hinten raus fertig machen. In der letzten Runde holen die voll auf und rasieren uns. What? Kumpel, Sehn, Sehn, hast du eine Drohne? Sehn, langsam, Sehn. Spielst du zum ersten Mal Sehn, kann das sein? Ich glaube, der hat keine Drohne oder weiß nicht, dass er eine hat. Spielst du den Charakter, weil er ihn cool findet und kann eigentlich heilen. Mist, wo bin ich denn? Nein, da ist ja. What? Wo kommst du denn her? Kumpel, mach ihn fertig. Sehn, hast du eine Drohne? Ich weiß, er hört mich nicht, aber egal. Vorsicht, Vorsicht, Runen, Runen. Ja, danke, danke, Sehn. Du hast einfach sowas wie eine Drohne, Bro, aber sag es nicht weiter. Mist, komm her, komm her, komm her, Sehn. Bist du da? Nein. Ah, das ist Switchblade. Ich meine, Switchblade. Geht der ja richtig auf die Eier. Boah, was? Was? Warum war ich denn die Einzige? Warum haben die uns denn so rasiert? So wie zum Thema, kurze, knackige Runde. Gut, die nehme ich. Ich habe nicht die Zeit, 30 Mal aufzunehmen. Ach man, das wird wieder ein 20 Minuten Video. Was soll das? Wie kann denn ein Team, was zweimal so auf die Schnauze kriegt, untenrum angeblich so aggressiv austeilt? Ja, ehrlich, gar nicht. Es sei denn, sie cheaten. Okay, machen wir das auch mal. Das brauche ich gleich. Ich habe jetzt keine schnelle Nachladung, Waffe wechseln. Ja, okay, das nehmen wir mal. Boah, jetzt drück mal die Daumen, dass wir die Runde gewinnen. Ich bin mal wieder ganz aggro. Es macht mir wieder keinen Spaß. Ich war mal so gut in Rogue Company. Egal, das ist wirklich Aufnahmenversuch Nummer 2. Mehr wird es nicht geben. Mist. Blendgranate und alles andere und ich sterbe. Danke, Stanley, du hast dein Drohne entdeckt. Sehr gut. So. Also, der Rune hat es irgendwie so, ne? Äh, nicht der Rune, der, ähm... Verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Mann, komm doch aus der Ecke raus. Hab keine Furcht. Jopp, natürlich. Also, komischerweise, wie gesagt, wir haben zwei Runden nur kassiert. Entweder haben wir uns vorgeführt. Das sind extrem Pro-Gamer. So, ne? Oder, ich weiß es nicht. Die haben gerade gemerkt, oh, wir haben unsere Cheats nicht angehabt. Jetzt aktivieren sie mal. Und dann, oh, die kriegen auf die Schnauze. Ich weiß es nicht. Ärgert mich. Ja, so ein bisschen. Ich hatte eine kurze, knackige Runde. Er hofft, so 14 Minuten. Nein. Damit schon wieder mal so ein 20 Minuten... Ich treffe, dann gebe ich mich. Alter, Bitch, bleib... Junge. Yo, die cheated! Ich treffe sie nicht und... Ah! Was für einen Scheiß gehackt. Da bringen die einen rein, der von vornherein gecheatet ist. Ey, ich hasse gerade das... Ich habe hier es gerade nicht. Ehrlich, Mann. Mach mal deinen Cheat-Hack aus. Ganz heftig, dass du zwar Blendkan hat, da hattest du mich aber nicht getötet hast. Wichtig für dich. Okay, natürlich ist jetzt der Reef-Bomb wieder hinter uns. Wo war der Gegner jetzt? Okay, mein Team ist gerade richtig gut am Rasieren. Genau. Ich halte drauf. Er bewegt sich. Ich bin tot. Danke, danke, danke. Sehr gut, sehr gut, Team. Komm, das müssen wir reißen. Das ist mir schon viel zu lang. Das ist mir schon viel zu lang, die Runde. Okay, sie haben noch einen Spieler. Den holen wir uns. Ernsthaft? Perfekt. Sieg. Danke, ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen guten Morgen. Und dennoch besser, ich bin hier mit raus. Peace. Wie sieht es aus? Nice. 30 Kills. Soh. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Wie Sie eigentlich nicht aus? �제ungen aus? Wie sieht es aus? Wie soll wie sein? Wie sieht es aus? یاora, перек Apps. Wie mit duck. Au femme, wo Art du guber, disgusting. 月? Wie ist es das bästige? Wie ist es aus? Wie kann deincur проб birように. Punkt lethal. Wie kennt es aus? Wie geht es in dasjos? Also wie kann man nie Companiesgranieren. Wie ist wie das ab? Was ist aus? Wie ist das für mich? Wie ist es auf guten Tag. Wie ist Excuse? Pas welcomed ich das colony? Wie ist es aufiane gerade. 우리 wieder einmal lieutenant. Untertitelung des ZDF, 2020